Der Esel Der Esel. Er gehört jedes Jahr zu den Krippenfiguren, die wir wieder hervorholen und aufstellen. Es gibt eine Geschichte vom Esel, die zeigt, dass der ein ganz besonders kluger Kopf ist. Die Geschichte erzählt, dass die Tiere einmal zusammengekommen sind und haben über Weihnachten diskutiert. Natürlich ging es dabei vor allem um die Frage, was denn die Hauptsache ist zu Weihnachten. Dazu hatten die Tiere eine ganze Menge zu sagen. Weihnachten? Das ist doch klar, sagte der Fuchs. Das wichtigste Weihnachten ist doch der Gänsebruch. Was wäre Weihnachten, wenn ich keine Gänse verspeisen könnte? Ach, sagte der Eisbär, auf den die Gänse kommt es doch gar nicht an. Ich will Schnee, ganz viel Schnee. Das ist doch wichtig. Und er schwärmte verkürzt. Es gibt doch nichts Schöneres als weiße Bäume. Das Weh aber sagte, ich brauche keinen Schnee. Mir ist ein Tannenbaum lieber. Die zarten Nadel spitzen, die schmecken im Winter besonders gut. Ohne einen Tannenbaum kann ich nicht Weihnachten feiern. Jetzt meldete sich die Eule zu Wort. Sie bescherte sich gleich. Aber bitte nicht so viele Kerzen. Die machen es so hell. Ich merke es am liebsten, schön schubelig. Stimmung, das ist doch Weihnachten die Hauptsache. Dann trat nun der Frau auf. Mein neues Kleid, das muss man aber schon sehen können. Was habe ich davon, wenn ich ein hübsches Rad schlage und keiner sieht es? Das ist doch nicht Weihnachten. Die Ängster wollte nun auch noch ein Wort mitlegen. Es kommt am meisten Weihnachten aus dem Schwung an. Den wünsche ich mir am meisten von Weihnachten. Einen Ring, einen Armband, eine Brosche, egal. Das ist für mich das Allerschönste. Na, brachte nun der Bier. Vergesst aber bitte den Stollen nicht. Das ist doch die Hauptsache. Wenn es den nicht gibt und all die vielen anderen süßen Sachen, auch den Honig, dann verzichte ich lieber auf Weihnachten. Oh, sagte nun der Dachs. Mach's doch einfach wie ich. Ich penne über Weihnachten. Ich will so richtig tief schlafen. Etwas Schöneres kann ich mir nicht vorstellen. Und ergänzte nun der Ochse und traf mir den Schritt davor. Mal so richtig einen sanfen und dann pennen. Das ist doch erst Weihnachten. Aber dann schlägt der Ochse auf einmal. Hau! Denn der Esel hat ihm einen gewaltigen Tritt versetzt. Du, Ochse, sagte der Esel. Denkst du denn gar nicht an das Kind? Dass wir an Weihnachten an das Kind denken. Dass wir Jesus nicht vergessen. Darauf kommt es doch am meisten an. Da senkte der Ochse beschehend den Kopf. Denn er musste dem Esel natürlich recht geben. Das Kind, das geboren ist zu Weihnachten im Stall von Bethlehem. Das Kind von Maria und Josef. Das Kind Jesus. Das ist natürlich die Hauptsache. Übrigens fragte der Esel, ob das die Menschen auch wissen? Das Kind von Maria und Josef.